Mit Maschinengewehren gegen Wildschweine. Klingt absolut crazy, ist aber in den USA Realität. Das Problem, die Tiere zerstören die Ernten. Wildschweine sind in Amerika nicht heimisch und vermehren sich rasend schnell. Maisbauer Barney jagt deshalb die Tiere selbst. Aber um das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen, machen professionelle Jäger aus Helikoptern Jagd auf die Tiere. Doch selbst Experten sind skeptisch, ob die Wildschweinplage noch in den Griff zu bekommen ist. Trotzdem heißt es,